Ja, das war jetzt gerade auch gut. Ich will erstmal hier alles beenden, was vielleicht System-Power ziehen könnte und natürlich schließe ich auch den Prozess von Steam. Das war ja ganz schlau, wenn man dieses Spiel hier spielen will. Und ja, ich finde es gerade nicht heraus, warum es leckt. Ich glaube, ich habe das böse Gefühl, dass ich da jetzt durch muss. Und das ist eigentlich kein Zustand. Das ist nicht toll, so zu spielen. Mit durchschnittlich 15 bis 20 FPS ist nicht der Burner. Ich weiß nicht, ob man davon im Video, wenn man das jetzt nur sieht, viel Unterschied sieht, aber von der Steuerung her, beim Spielen und so, ist das schon ziemlich groß, der Unterschied. Naja, wir versuchen trotzdem unser Bestes und schlagen diese elf Gegner natürlich. Ich glaube, wir nehmen mal den Versuch raus von vorhin mit dem dicken Auto, wo wir es nicht geschafft haben. Und sagen einfach, wir haben bisher alles beim ersten Mal dominiert in diesem Bezirk. Wow, musste ich denn hier runter? Ja, ich glaube schon, da hier ein Objekt ist. Und die Gegner auch da langgefahren sind. Bam. Gut, dass ich gerade Power hatte, sonst wäre ich jetzt gecrasht. Wow. Sag mir doch, wo es lang geht. Den hier kann ich nicht wegcrashen. Boah, jetzt habe ich gerade gedacht, aber das liegt wirklich am Lied. Ich habe gerade gedacht, das Lied hat sich aufgegangen oder so, aber das war gerade komisch, das Lied. Gehört aber dazu, weil dann ein neuer Beat dabei gemixt wurde. Das war schon extra, glaube ich. Letzte Runde und einen müssen wir noch überholen. Der soll sich mal überholen lassen. Langsam aber sicher wird jetzt Zeit, Junge. Ja, ich nähere mich. Ich nähere mich. Ja, haha, wie dumm der ist. Okay, jetzt bloß keine Scheiße bauen, sondern einfach nur schön ins Ziel fahren. Hier fahre ich meine Mitte dieses Mal. Ich mache gerade zwar nichts, was mir Power gibt, also, wenn der will, könnte der mich überholen, glaube ich. Wow, 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 das war jetzt nicht schlecht. Wie gesagt, ich dock immer am Ende kurz gegen die Wand, da kann ich ja nichts für. Wart, nur noch einen Kilometer bis zum Ziel? Wie kurz war denn die Strecke? Nicht so lang, ne? Das gehört, glaube ich, gerade schon, ja, das gehört wieder zum Lied. Ich denke die ganze Zeit, dass der irgendwie hängen bleibt, weil es auch leckt und irgendwie, aber... Vielleicht habe ich auch gerade auf Kopfhörern nur lauter, dass ich das... Lauter als sonst, dass ich die Musik richtig höre. Naja, wir haben es trotzdem beim ersten Mal wieder dominiert. Das ist doch nice. Wenn wir das so im ganzen Bezirk machen, dann ist es, ja. Drei Sterne. So, wie viele rankriegen wir? Jo, geht so, wir sind zwar immer noch ein Sensenmann, aber das wird sich auch bald ändern. So, hier, Highway 76. Schalte vorab auf der Zeit möglichst viele Fahrer aus. Oh Gott, das mit Läcken. Oh, scheiße. Hä? Mit, nicht mit dem dicken Wagen. Boah, haben die geile Statistiken, verdammt. Der hier hat geile Statistik. Ähm. Wieso nicht mit diesem dicken? Müssen wir das jetzt mit so einem hier machen? Nicht mit diesem Truck? Das ist doch... Irgendwie komisch jetzt gerade. Dann ist das aber, sonst wären hier nicht so viele Autos. Bam, das war die Nummer 1. Ja, genau, fahr mitten durch. Ach. Die sollen mal schneller fahren. Ja. Hallo, ihr sollt mal schneller fahren, habe ich gesagt. Alter. So kannst du das doch nicht machen, ey. Och, ey, ganz ehrlich. Bam, ist der auch weg. Spawnen die denn irgendwie wieder vor mir? Muss ich überhaupt die ganze Zeit abbremsen? Ich glaube ja irgendwie nicht. Weil ich mir nicht erklären kann, wie die sonst hier gerade vor mir wären. Ja, ich glaube, die spawnen einfach wieder vor mir. Und dann kann ich ja durchfahren. 40 Sekunden noch. Ah, wir haben ja noch nicht so viele zerstört. 10 Stück noch in 30 Sekunden. Ah, das kann ja was werden. Und dann. Oh, wenn es so weiter geht, wird das aber nichts mehr. Wo sind denn hier welche? Da. Und bam. Ne, ich glaube, das wird nichts mehr. In 14 Sekunden. Ja, vor allem, wenn wir uns jetzt noch selber killen, dann wird das nichts mehr. Ey, nein. In 6 Sekunden, nee. Dit kannst du wohl vergessen. Dat wart dann wohl mit alles dominieren. Naja, wir haben uns gut geschlagen. Mit 21 sogar. Naja, 4 haben uns gefehlt. Das war dann wohl der Anfang, wo ich immer abgebremst hab. Das war dann meine eigene Blödheit. Naja, Traum vorbei. Man kann wohl doch nicht 7 Rennen mit 7 Versuchen gewinnen. Aber rankriegen wir. 10.000. Mhm. Shatterport. Okay, direkt noch einmal. Äh, ja. Der hier hat 4 bei Robustheit. Aber Beschleunigung brauchen wir hier auch. Ich glaube, ich nehme mal einmal diesen hier, oder? Ah, ne, komm. Ich bin jetzt an den hier gewöhnt. Dann nehme ich den auch wieder in schwarz dieses Mal. Okay, dann mal los. Schon wieder. So. Ja. Huch. Bam. Wo sind sie denn? Da. Jetzt weiß ich ja, dass ich nicht abbremsen muss. Und so wird das, glaube ich, auch Erwart. Ja. Komm schon. Bam. Na, schade. Den hätte ich gern noch mitgenommen. Äh, nein, 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 nein. Das darf mir nicht passieren. Dafür habe ich doch zu wenig Zeit. Komm schon, gib mir Power. Danke. Komm schon. So. So. Nein, nein, nein. Bam. Oh. Oh. Es ist genau da der Power weggegangen. Ich wollte nur drücken. 36 Sekunden. Äh, wir sind circa auf dem gleichen Stand wie gerade eben. Ja, und natürlich schaffen wir auch ab dann nix mehr. Das ist ja genau das gleiche wie gerade. Äh, wo seid ihr? Da, da sind sie. Komm, gib mir Power. Danke. Danke. Mmh. Nein. Das darf nicht passieren. Oh, verdammt. Komm schon. Ja. Nein, einen noch. Alter, einen. Alter, einen einzigen. Verarsche. Jetzt haben wir 24 ohne Scheiß. Wieso zählen wir denn nicht? Wir haben uns doch zerstört. Muss doch auch zählen. So als Trostpreis. Weil man da eh noch viel länger warten muss, bis man weiterfahren kann, als wie bei einem normalen Kill. Naja, wir haben aber fast unseren Rang jetzt mit diesem verdammten Rennen wieder gesteigert. So. Boah, der hat echt fünf Punkte bei Drift hier. Habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich habe nur auf Robustheit und so geguckt. Robustheit, Tempo und Beschleunigung ist hier nämlich wichtig. Drift ist hier nicht unbedingt forderlich, aber egal. Was man hat, schadet nicht. Hallo? Wo seid ihr denn wieder? Da sind sie. Uah. Boah. Mann. Das Auto ist mir... Ich möchte es nicht sagen, aber es ist mir zu schnell. Die Besch... Äh, das Tempo davon ist mir ein bisschen zu hoch. Alter, ja. So hier wird das bestimmt was. Weil hier so viele Autos sind. Alter. Ne. Kommt, ich versuche direkt nochmal. So brauche ich gar nicht erst weiter versuchen. Aber wenn er so leckt, kann er ja auch nicht gehen. Es leckt nicht mehr, genau wenn ich sag. Ja, ich hab wieder... Yeah, ich hab grad wieder 30 Frames. Nice ey, genau wenn man das sagt ey. Okay, dann muss ich das ja jetzt... Dann muss ich das ja jetzt schaffen. Och, verdammt. Och ey, weißt du, genau wenn ich den grad quashen will... Ist hier die Scheiße weg. Power. Danke. Nein, Zerstörungsobjekte sollte ich... Alter. Sollte ich nicht zerstören und... Mein Gott ey. Wie schaffe ich es bitte so genau an denen vorbeizufahren? Ist doch auch eine Kunst für sich. Wow. Wo seid ihr denn? Da ist der nächste. Power, 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 Power. In dieser Kurve hier verkacke ich ja eh mehr. Jetzt bin ich sogar schlechter als die anderen Male ey. Wow. Naja, es ist nichts entschieden. Aber 10 Stück in 20 Sekunden ist... Da wage ich zu behaupten nicht mehr zu schaffen. Wow, fahr doch nach rechts ey. Steuerung hat das Auto nicht so eine tolle. Weil es halt viel zu schnell ist, lässt es sich nicht mehr so toll steuern. Fünf Stück in 10 Sekunden. Ja, jetzt sind hier natürlich wieder keine mehr. Das ist doch extra gemacht vom Spiel. Das ist sowas von extra gemacht, ne? Wieder 24. Ja, na super. Alter, das kann nicht wahr sein. Watt, watt, watt. Naja, ich glaube wenigstens, wir haben unseren Rang gesteigert. Alter. Nosch. Zweimal hintereinander die gleiche Scheiße. Jetzt kommt gleich der vierte Versuch. Ja, wir wissen's. Ja, ja. Oh, wir sind ein Gesuchter. Neue Vehicle unlockt.